Also Javi Martínez, Champions League Sieger, Weltmeister, Deutscher Meister, spielt beim FC Bayern, ist eine Riesen-Nummer, ist jetzt hier gerade in einem Fotoshoot und denkt, er shootet für einen Spielwarenhersteller zusammen mit einer kleinen Stürmerhoffnung vom FC Bayern München. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich habe das erfunden und der Stürmerstar, mit dem er gleich shootet, ist Robin. Komm her. 10 Millionen Euro hat er gekostet von RB Leipzig. Spielt jetzt bei Bayern. Ja. Wer ist der größere Star, du oder Javi? Ich. Wirst du das den Javi richtig spüren lassen? Ich glaube, wir werden ihn richtig vorherrschen. Auf geht's. Das Kind heißt Robin. Der Junge kann richtig kicken. Das Einzige ist, ich, also ich habe schon mit dem auch geshootet, der ist anspruchsvoll. Aber der ist richtig schwer zu kriegen auch. Also, dass du mit dem shooten kannst, ist echt eine Ansage. Ich weiß nicht, ob es stimmt, weil, wie gesagt, ist noch keine Meldung draußen, aber ich habe gehört, der hat 5 Millionen gekostet in dem Alter. 5 Millionen. Okay, jetzt ist er fertig geschminkt. Robin ist jetzt im Haus. Es wird immer angenehm, wenn der reinkommt und hier ist nichts. Ja, sonst was ich immer, wenn er jetzt gleich hier reinkommt, dann. Was ist denn hier los? Ich habe auf jeden Fall noch so ein kleines Fotoshooting. Erzähl mal. Ich habe Zeit. Erzähl mal. Nee. Nee. Ruf mal so raus. Kann ich was zu trinken kriegen? Kann ich auch noch was zu trinken kriegen? Meine Güte. Was ne Lusche, Alter. Was ne Lusche, Alter. Schule? Schule? Ich gehe doch nicht mehr in die Schule. Ich gehe doch nicht mehr in die Schule. Hallo? Ich habe jetzt richtig Cash am Start. Ich habe jetzt richtig Cash am Start. Also sag auf jeden Fall Mama Bescheid. Also sag auf jeden Fall Mama Bescheid. Die soll das ganze Kino mieten. Die soll das ganze Kino mieten. Und ich will Toy Story 4 gucken. Ich will Toy Story 4 gucken. Das ganze Kino soll leer sein. Das ganze Kino soll leer sein. Wenn irgendein Affe neben mir sitzt, ne? Wenn irgendein Affe neben mir sitzt, ne? Auf den ich keinen Bock hab. Auf den ich keinen Bock hab. Dann klatscht es. Dann klatscht es. Und jetzt auflegen. So. Robin, willkommen. Hallo. Danke sehr. Du bist? Du bist? Martin? Martin? Hallo. Bist du bei Bayern? Ich bin bei Bayern. Du auch? Du auch. Wie alt bist du? Ich bin 10. Ich bin 10. Und du? Ich bin 30. 30? 30? Oh. Drei Jahre noch, ne? Drei Jahre noch, ne? Dann China. Dann China. Ich geh mal schminken, ne? Ich geh mal schminken, ne? Bist du schon geschminkt? Hab schon gemacht. Ah, sieht man nicht. Ich geh mal schminken. Ich geh mal schminken. Ich geh mal schminken. Okay, ähm, wir haben das ja eben schon durchgesprochen. Halt, 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 halt. Halt, halt, halt. Jetzt rede ich. Jetzt rede ich. Also. Wir machen. Wir machen. Ein Motiv. Ich mit Ball. Ich mit Ball. Dann ein Motiv. Dann ein Motiv. Martin mit Ball. Dann ein Motiv. Ohne Ball. Ohne Ball. Verstanden? Verstanden. In 10 Minuten. In 10 Minuten. Bin ich hier weg. Okay. Was machen wir dann jetzt? Erst mit Ball. Wir machen jetzt erst mit Ball. Robin, nur ganz kurz. Aber meinst du es für möglich, dass wir das ohne die Sonnenbrille machen? Nein. Nein. Lass mich kurz überlegen. Weil du es bist. Weil du es bist. Doppel nein. Doppel nein. Tja. Bleibt. Bleibt. War nur ne Idee von mir. Sorry. Mach doch nix. Jeder hat eine dumme Idee am Tag. Jeder hat eine dumme Idee am Tag. Zeig mal so in die Kamera. So yeah. Yeah. Abi bisschen lockerer vielleicht. Locker. Ja. Hau dir mal so auf die Schulter. Hey locker locker. Hey locker locker. Du sagst, das ist der neue Star bei FC Bayern. Genau. Mach das mal. Genau. Mach das mal. Hier steht der neue Star bei FC Bayern. Nee, das fand ich gut. Komm. Gib dir Mühe. Komm. Gib Gummi. Hier steht der neue Star bei FC Bayern. Yeah. Können wir einmal noch ein Bild, also jetzt diese Szene machen, wo ihr beide nah zusammensteht. So ein bisschen so ein Vater und Sohn Ding. So ein Großvater und Sohn Ding. So ein Großvater und Sohn Ding. So ein Großvater und Sohn Ding. Gerne. Gerne. Kann ich erstmal ein Kokoswasser bekommen? Kann ich erstmal ein Kokoswasser bekommen? Jetzt nimm mal so einen Schluck und spuck mal den aus. Spuck mal aus. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich wollte Kokoswasser. Ich wollte Kokoswasser. Ich wollte Kokoswasser. Kurze Schultermassage? Kurze Schultermassage jetzt und dann können wir weiter machen. Okay, cool. Maske. Wie lange brauchst du? Maske. So. Ahhhh. Ahhhh. Mega. Ahhhh. Ahhhh. Sind die Fotos cool? Ich finde das so. Bis jetzt richtig gut. Die Fotos sind scheiße. Ganz kurz. Halt, halt, halt. Ganz kurz. Halt, halt. Der Javi sagt. Der Javi sagt, die Fotos sind scheiße. Was soll das? Was soll das? Ist viel Gutes dabei auf jeden Fall. Also hier hast du den Javi zum Beispiel auch mit drin. Das ist scharf. Sieht doch mega aus. Sieht doch mega aus. Richtig stark. Die ganze Power die da von Robin ausgeht, das ist Wahnsinn. Er ist ja unscharf. Ja, aber Robin ist scharf. Robin, du warst super. Javi. Du verwackelst mir. Alles gut. Du hast es momentan sehr verwackelt. Das passiert, wenn man das nicht so häufig macht. Genau. Also wenn du das ein bisschen so seitlich halten könntest, weil es die Möglichkeit gibt, dass wir hinterher in der Post-Production, dass wir dein Gesicht gegebenenfalls austauschen können. Das muss vor dein Gesicht. Genau. Direkt davor. Ah, super. Ah, super. Jetzt machen die das mit der grünen Schelle hier. Jetzt machen die das mit der grünen Schelle hier. Da packen wir dann den Lewandowski drauf. Da packen wir dann den Lewandowski drauf. Ist einfach klasse. Setz dich mal auf den Boden. Wir würden jetzt das Abschlussbild noch machen, weil er ist jetzt... So, alles. Ich bin jetzt. Ganz ehrlich, wer ist denn jetzt schon... Was ist hier los? Javi Martinez? Que pasa amigo! Hola! Wie tun wir wild. Du bist bei Luke, die Girl Night Show. Das ist der neue Stimme. Das ist eine goldenhambe mit. Durch in der Z Earlier. scei-Klea. Lucick-Klea. 13��ios 90-Euro-Mannoo Where toine Ist doch alles besser.